hallo meine lieben so ganz ungewohnte umgebung wo bin ich hier ich bin in der schweiz und mache hier spontan so ein wanderurlaub für ein paar tagen soll ich mal zeigen wo ich bin es ist so schön dreamland bin ich und zwar ist hier normalerweise ein skigebiet und im sommer kann man hier richtig schön wandern da habe ich richtig lust zu ich drehe euch jetzt aber vorher noch ein paar reels ab das war ja noch schnell eine stunde habe ich zeit und dann geht es hier auf diese wanderwege da hinten hier ist einfach nichts ich habe heute nacht so gut geschlafen es ist hier so still fenster offen es hat sich angefühlt wie schaut mal sich angefühlt da sind die wanderwege wie in der natur schlafen ich liebe in der natur schlafen so schreibt mir mal gerne hier in das frage tool ich bin ja schon mit mikro zu welchen themen ich euch ein reel abdrehen soll was interessiert euch schreibt mir gerne rein ciao 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 ciao